Wenn irgendjemand noch etwas zu sagen hat, soll er es jetzt tun. Data-Self Serie geht weiter. Zwölf Jahre und 151 Spiele hintereinander. Aber es ging nie nur ums Gewinn, sondern auch um unsere Familien. Coach, Sie holen mein Baby aus Richmond raus. Und dass unsere Stadt zusammenfangen. Die letzte Siegeserie der Sportgeschichte ist nun vorbei. Das Ende der Serie war eine Herausforderung. Du lässt dich von so einem Idioten an der Zweijagdlinie täckeln? Dad, bitte. Lasst nicht ein Spiel definieren, wer ihr seid. Das bestimmt ihr immer noch selbst. Es ist nur ein Highschool-Football-Spiel. Wir haben immer nur getan, was das Beste für uns ist. Wir verschwinden hier gemeinsam. Hast du was von ihm gehört? Ich werde immer wieder gefragt, wie es ist, nie zu verlieren. Heute bin ich verloren. Ich will nur, dass du glücklich bist und gesund. Oh mein Gott, ruf dir nur das. Ich war so in die Serie vertieft, dass es mich fast umgebracht hätte. Coach, ich bin allein. Familie sind nicht nur Blutsverbande. Du hast mich und 60 Brüder. Eins, zwei, drei, smartes! Stellt euch euren Ängsten. Buster Matthews. 147 Kilo pure Aggression. Und du stehst ihm das ganze Spiel gegenüber. Wir sind vom Weg abgekommen, verfingen uns im Medienrummel, der Prominenz, dem Ruhm. So sind wir nicht. Ihr müsst entscheiden, was ihr sein wollt. Ich verlasse dieses Spielfeld höchstens auf einer Frage. Weißt du, wieso sie mich Buster nennen? Weil du so dumm bist, es ihnen zu erlauben. Brüder fürs Leben. Egal, wo wir landen oder was wir erreichen. Nichts wird jemals dem nahe kommen, was wir hier jetzt gerade haben. Ich weiß es nicht. Denn du absichtlich meine Band sabotierst, fick ich dich wie ein Schwein. Ach du großer Gott, bist du eine von diesen Tränenmemmen? Du bist ein schwuchtelippiges Stück Scheiße, das jetzt mein Drumset vollheult und vollrotzt wie ne neunjährige Göre.